Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt zusammen mit der Quartbush. So, ich sag mal, der Casper, der ist mit dabei. Wir spielen Minecraft, Jurassic World oder so. Wir haben eine kurze Pause. Das Video ging zwei Stunden lang. Ich hab mehrere Stunden dran geschnitten. Deswegen, ich hab mir besonders viel Mühe dafür gegeben. War eine lange Aufnahme. Deswegen, gönnt euch das Video am Anfang. Kleine Problemchen, aber hat sich geklärt. Es geht jetzt wieder auf meinem Kanal besser los. Ich schneide jetzt mehr für die Videos. Dafür kommt jetzt nicht mehr so viel, aber wenigstens etwas. Okay, haut rein. Okay, ich wünsche euch allen viel Spaß mit dem Video. Oh, hier ist ein Rastgeld. Oder du stehst bei mir immer noch im selben Fleck. Ja, moin. Ich bin einfach so ganz anders. Ich muss dich kurz umbringen. Ja, moin. So, hallo. Ja, ja, ja. Jetzt bewegt dich mal. Perfekt. So, Wohler. Äh, man kommt auch jetzt hier nach hinten, hier in mir. Ganz D einmal falsch schaden. Und, komm mal mit. Hier hinten haben wir einen wunderschönen Astalea-Baum. Irgendwo jetzt hier runterbauen, komm mit zu einer Laschkrieg. Komm mit. Aber wir müssen gucken, was wir nicht ablaufen. Werdet ihr da von meiner Treppe da runterbauen? Und keinen geraden Weg. Ups, weg damit. Warte nur ab, jung. Nein, nein. Wir müssen einen rechten guten Fotkrunden. Was machst du da? Und wie würdest du wieder hochkommen? Mit Blöcken. Okay. Das ist machbar. So baut man in der Welt, aber ne Jahr war eigentlich auch. Also, ne, ich baue mir meine Treppe nach unten, nämlich wieder hochrannen kann. Also man darf sich ja nie drunterbauen, weil da könnte was kommen. Richtig. Deshalb baut man es so. Niemals. Man schließt zwischen Tabletten und so kann man sie runterfallen. Okay. Baut trotzdem Treppen. Also, Washer. Oh, aber nur Washer. Mehr nicht. Irgendwo hier muss nur Case sein. Wir fächtigen jetzt so. Da habe ich schon so richtig Bock drauf. Wieso ist hier nirgendwo los? Da müsste eigentlich ne Höhle sein. Irgendwo da unten ist ne Höhle. Ich habe gerade gesehen, dass man einfach an der Oberfläche reintauchen kann. Hier ist Eisen. Alter, die ist tauchen. Dann lass uns erstmal hier hinten ein kleines Lager aufbauen. Auf der kleinen Insel hier. Ich habe einen Dinosaurier gefunden. Was bies'n du boah? Das ist ein Parasaurolopus. Ja. Ich hänge hier immer fest, ey. Ich rasch da aus, Alter. Ich rasch komplett aus. Einfach Minecraft. Boah, darf ich den töten? Was? Nein. Tizino sind unsere Freunde. Komm, Jakob. Ich mach auch mal was. Ich kann die ganze Zeit nur so im Kreis. Weiß jetzt, dass der Bodenlarver ist. Ne, ich baue da gerade Eisen ab. Ich glaube, man merkt schon, ich habe einfach sehr lange keine Minekraft mehr gespielt. Ich habe eben welches Wasser geschmissen. Ich habe Koppeljohn weggeworfen. Ja. Die Frage ist, woher kriegt man Wolle? Und woher kriegt man einen ganzen anderen Gramm? Weil irgendeiner von den Zombies, äh, von den Dinos, muss ja nicht ein Schaf sein. Aber wir müssen einmal herausfinden, welche Dino-Wolle du auch fährst. Ah, ohne. Es ist nämlich ein Creeper, der da irgendwo fehlt. Hä? Creeper? Gibt Creepers? Mh. Sind doch nur Dinos. Nee, sind doch Creeper. Ich habe sechs Eisen, aber keine Kohle. Ich muss mein Holz fangen. Braucht man Kohle etwa? Ja, was machst du denn da? Ich baue ein Haus. Ja, stimmt, man baueht ja Häufe. He tried it. Und der Ziel solltest du sein, halt die Dinos einzufangen irgendwie, weil... Naja, sonst ändert es ja nichts an Minecraft-Sone, na? Ja. wir müssen die hege für dinos fangen glaubst du die kann man mit einer leine fangen ich frage mich gerade wie soll ich unser haus design soll also der boden hat den habe ich jetzt aus holzbärdern gemacht was soll ich die wände mit wände machen das ist die überlagte dafür baum stemmen nehmen oder ein hobblestone oder für die wände da kommt er doch an wie der Rest aussieht der boden ist jetzt einfach Fichte Holzbretter man kann da jetzt ganz viel daraus machen entweder man macht irgendwie stein oder aus baum stemmen die vielleicht unter den Fenstern durch stein auch ich mach einfach mal du ein bisschen koppelstein für mich äh ich komme gleich ok ich bin gerade zu meiner Tour kommt heute wieder so hello oh ich habe koppelstein gekriegt danke schooon die hülle du gehst überall weil wir hier auf einer insel sind das ist vielleicht eine begründung die hülle du 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 das muss mir jemand sagen das ist in der bell talk quasi der snapout Ich höre die ganze Zeit so Kuh-Geräusche, aber ich höre halt auch die Dino-Geräusche, also entweder haben die irgendwie beide Towns oder... Nee, da krieg ich nicht rein. Genau, ich hab Dias. Bruder, du hast ja einfach den Ofen und Crafting-Bank und so'n Scheißing-Gestell, einfach in Natur so. Ja, ja. Also ich rede jetzt nicht von den Dias. Ach, alles gut. Sondern von dem Ofen und der Werkbank. Oh, war das recht klar. Was macht man, wenn man zwei Werkbanken hat? Einfach wegschmeißen. Oh, nein, 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 nein. Wir sind vert halfway. Ja, wir sind vallig. qualifying ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020